Was geht ab, Raffaellos Race? Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zu einem relativ spontanen Vlog. Ich vlog den Tag einfach mal so ein bisschen mit, weil einige coole Sachen, wie ich denke, passieren werden. Mein Bruder kommt jetzt spontan vorbei. Der hat nämlich hier einen Auftrag, der wohnt ja in Berlin, aber muss jetzt für einen Videodreh in die Nähe von Köln und schläft deswegen bei mir heute Nacht. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Ich habe den jetzt von circa ein Dreivierteljahr nicht mehr gesehen. Vielleicht kann ich den auch mal hier vor die Linse locken. Ich wollte eigentlich jetzt in die Innenstadt fahren, aber da schalte ich einmal in 80 Jahren den Fernseher an und plötzlich sehe ich einfach eine fette Explosion in meiner Nähe war und man anscheinend jetzt drinbleiben darf. Man darf nicht mal lüften. Ach man, ich hatte richtig Bock, mich jetzt hier gleich rauszuflatschen. Ich habe sogar schon die ganzen Polster rausgelegt, weil ich mich ein bisschen in der Sonne brutzeln wollte, aber bevor ich mich am Ende in so einer Gaswolke brutzle, dann lasse ich das lieber, weil es ist anscheinend so eine Gasfabrik explodiert oder so eine Mülldeponie. Ja, wie geht's euch? Reifst du mal in die Kommentare. Boah, ich habe hier übrigens so ein richtig fesches Getränk mal ausprobiert. Das ist einfach in so einer Eisen-Aluminium-Flasche. Sieht fancy aus. Ist so ein Skiewasser. Ich kriege da irgendwie so voll Urlaubsfeeling, weil ich so Skiewasser eigentlich immer nur in den Bergen auf so einer Hütte getrunken habe. Voll geil, dass man das auch einfach so kaufen kann. Ich war beim Friseur, schafe Kanten, Seiten auf Kontostand. Lack, Bruder! Mein rechter, rechter Blotz ist frech. Was hat denn der da so schönes getan? Ups, feicher Knopf. Du bist nach 30 Jahren auch mal wieder vorbeigekommen. Danke, hallo. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Ich finde es sehr gut. Ich finde es immer schön, wenn Sie mich so nah filmen, weil das ist immer so eine besonders intime Stimmung. Kannst du mir mal erklären, was wir jetzt eigentlich machen? Wir fahren in die Stadt. Was fahren wir in der Stadt? Wir kaufen ein. Ich habe nämlich einen TikTok gesehen. Wir fahren aber jetzt nicht ernsthaft wegen einem TikTok in die Stadt. Doch, weil das ist ein sehr cooles TikTok. Ich will mir nämlich jetzt einen Toaster kaufen. Genau gesagt, zwei. Warum denn zwei Toaster? Einfach ein Toastwort reinwerfen. Was ist das denn für ein Scheiß? Hä, das sieht voll cool aus. Okay, das ist der Plan. Wollen Sie noch irgendwas sagen? Wollen Sie jemanden grüßen? Die Deine Mutter. Nee, nee, nee. Heute mal wieder komplett gesund unterwegs. Weit haben wir es nicht geschafft. Wir sind fünf Meter gelaufen und sind direkt hier schon beim Starbucks gestrandet. Und in meinem Leben so einen Starbucks-Kaffee bekommen. Ich habe auf jeden Fall hier so einen Schuckelposser und einen gesunden Bagel mit Schinken und Käse. Krass, Hauptsache, wir wollten heute Fitness machen. Wir gehen zu einem Käsebagel stattdessen. Was? Nein, ich habe es nicht drauf. Schade eigentlich. Ist es wirklich einfach in die Tüte? Nee. Können wir bitte so tun, als wäre es in die Tüte gekommen. Du hast übrigens ultra den Ausschlag, seitdem du beim Friseur warst. Weil der Typ in der Machete da ran geschrafft ist. Was? Wie so eine Käseraspi ist er darüber getrattet. Vor allem von hinten sieht es einfach aus wie so ein Würstchen mit Ohren. Ich kann nicht mit meinem Bild einblenden, was ich gestern gemacht habe. Pfff. Ein Pommes mit Cola, bitte. Digga, das ist der Parkautomat. Da musst du ein Ticket, Geld rein. Ich stehe jetzt für eine halbe Stunde, wie du sagst, das ist jetzt erst. Weil das logisch ist. Da geht die Pommes. Aber jetzt haben die meine Pommes vergessen. Fuck, Alter. Das ist ein Stau. Da gab es so eine Explosion und die komplette Autobahn ist gesperrt und wir fahren einfach drauf. Ja, das ist so geil. Mega geil. Ich stehe bei einer Stunde hier fest, obwohl ich Hunger habe. Du hast doch gerade was gegessen, Junge. Bist denn du jetzt so frech hier? Ich bin doch nicht frech. Gib eine Anzeigung. Es war sofort Staugefahr. Das ist mir vielleicht fünf Minuten früher sagen soll. Ich bin wieder back in the house. Mein Puder hat gerade geklingelt, der springt jetzt quasi zu einem Fotoshooting. Also jetzt muss ich sagen, jetzt hast du ein bisschen in die Stimme angekillt. Daran ist eigentlich noch ein paar Mails geblattet. Wo habe ich ihn hier gelandet? Ja, leg mich. Hey, das ist doch nicht dein Ernst. Hier hat übrigens mein Bruder heute Nacht geschlafen. Was ist das für eine kranke Luftmatratze? Das ist einfach fast genauso hoch wie mein Bett. Ich habe da eine halbe Hüpfwurken geflötet. Und damit mein Bruder darauf noch besser schlafen konnte, habe ich ihm gestern Abend natürlich auch eine solide Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Ich feiere das immer noch so übertrieben, dass ich einfach auf dem Cover von Mickey Mouse Heftchen bin. Das ist meine Kindheit. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das gekauft habt. Wenn nicht, dann habt ihr hier echt eine krasse Geschichte verpasst. Ich bin nämlich hier mit so einem Luftkissen durch die Gegend geflogen und habe dem Donald Duck dann beigebracht, wie man richtig geile YouTube-Videos dreht. Ist auf jeden Fall am Ende nicht ganz so gut ausgegangen für den lieben Doc. Jetzt habe ich eine Frage an alle Geisterbeschwörer da draußen. Ist das ein gutes Zeichen, wenn ich die letzten Nächte immer gefühlt um drei Uhr nachts von flackernden Lichtern und Lampen wacht geweckt werde? Weil das scheint mir ein bisschen suspekt. Also ich bin doch generell jetzt nicht so der Hellste, aber in dieser Nacht darf er euch extrem hell. Das sind immer die zwei Lampen. Ich habe die jetzt professionell vom Strom gekappt, wie so ein Techniker. Also eigentlich habe ich einfach nur einen Lichtschalter ausgemacht. Aber wenn das Ding an ist, dann fangen die einfach irgendwann an zu flackern. Ich zeige das euch mal. Ja, da zwiebelst mir doch die Pupillen aus den Äpfeln. Und so bin ich die letzten drei Nächte immer wacht geworden. Da wird man ja hypnotisiert bei dem Schein. Diese intensive Hypnose wurde dafür entwickelt, Menschen, die unter Wut oder Aggressionen leiden, dabei zu unterstützen, gelassener zu werden und den emotionalen Druck loszulassen, den sie im Moment der Wut oder Aggression verspüren. Der Typ ist jetzt schon seit zwei Stunden in sein Zimmer eingesperrt. Alter, was macht der da? Hallo. Was? Digga, bist du doch ganz sauber? Was hast du denn gefrühstückt, Bruder? Bisschen weniger Kaffee trinken vielleicht? Den loslassen wir mal in seinem natürlichen Territorium. Wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich jetzt tatsächlich erst. Ich habe gestern voll vergessen, da noch zu vloggen. Aber du bist ja auch relativ spät erst gekommen. Dann haben wir eigentlich die ganze Zeit nur gequatscht, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Jetzt ist plötzlich der nächste Morgen. Ich fahre den Jonas leider jetzt schon wieder zurück zum Bahnhof. Ich war gespannt, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich finde es voll sehr, sehr cool. Ich merke mich einfach gleich nochmal. Während der Jonas jetzt nach München tuckert, ist bei uns die Fütterungszeit angebrochen. Bevor wir aber unsere Näppchen befüllen können, müssen wir uns die Toastbrote erstmal verdienen. Ich habe ja gestern zwei Toaster gekauft und damit machen wir jetzt eine richtig geile Challenge. Wir werden die Dinger nämlich von hier in die zwei Toaster reinpfeffern müssen. Ihr seht schon, wir haben da vier Schlitze. Deswegen kann man auch nicht nur die Toastbrote gewinnen, sondern auch vier andere Sachen. Wie zum Beispiel hier ein Hello Kitty Wohnwagen oder eine absolut legendäre Geburtstagskarte. Pro Runde haben wir hier auch ein Preisgeld. Wir fangen bei 500 Euro an. Also bei der Runde ist man natürlich motiviert, in diesen Schlitz hier reinzutreffen, weil da das Preisgeld ist. Wenn ich da reintreffe, kriege ich zum Beispiel dann den Burger. Snick, Snack, Snuck. Das heißt so, dass du anfängst. Das bedeutet, ich habe jetzt die größte Gewinnchance. Die Frage ist halt, welches Brot ist jetzt aerodynamisch. Also das ist größer, das ist kleiner. Wofür wird er sich entscheiden? Drei, zwei, eins, go. Oh, Alter, was? So nah. Ich stimme safe auf das zum Brot. Konzentration ist da. Wir werden hier richtige Toastbrot-Spitzel verlichten. Oh nein, der macht viel Spaß. Drei, zwei, eins. Oh Gott, das war auf jeden Fall daneben. Und. Oh Gott, das ist dringend. Oh, ich dachte, das ist dringend. Drei, zwei, eins. Das ist der Scherz. Aber der Wof war bis jetzt tatsächlich am besten. Los. Knaus. Brr. Oh, das gibt es doch nicht. Drei, zwei, eins. Wo ist das? Wo ist das? Nein. 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 Habe ich denn alles hier? Ist alles super gut. Nein. Oh. Das ist ganz knapp drüber gesegelt. Jetzt haben wir noch alle Preise übrig. Jetzt hat jeder noch einen Wurf. Dann geht es in die nächste Runde. Und. Oh, dein Flochpfeife bist du. Was ich so leid, es mir tut. Du hast keine Chance mehr auf die Einhorn-Katzen-Krußkarte. So gern du die gehabt haben wollen würdest. Der kommt zurück. Schade eigentlich. Runde Nummer zwei. Wir haben heute ein Angebot. Einen Lutschmund. Mein persönlicher Favorit. Eine fette Grabbelraupe. Ein Versteckenspielbuch. Und hör mal, da lasse ich mich nicht lumpen. Da legen wir nochmal 500 Ocken auf die anderen 500 drauf. Das heißt, diesmal ist dieser Schlitz hier 1000 Euro wert. Jetzt geht es um mehr Kohle. Oh. Drei, zwei, eins. Ihr denkt gerade, der Schlitz ist ein anderer. Oh. Oh, es gibt alles. Oh, nicht viel Pech kann man haben. Und. Der heilige Gral. Geht du unten her. Jetzt kommt er. Das ist er. Oh, das gibt es noch nicht. Wir kommen im Finale. Jetzt haben wir wieder ein paar andere Utensilien als Gewinnobjekte vorhanden. Und zwar haben wir hier einen Tennisball, mit dem man selber spielen kann. Also man braucht keine Freunde dafür. Perfekt im Flo. Juhu. Dann haben wir einen Melonenlutscher. Eine Fahrradklingel. Und auf die 1000 Euro lege ich einfach nochmal 1000 Euro drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Platz. Also der Flo kann jetzt richtig absahnen. Warte mal kurz Manipulation am Spielfeld. Drei, zwei, eins. Go. Huuu. Ich bin cool. Der wirst du immer von oben. Ne, doch. Boah. Ui. Bisschen weniger und es wäre gegangen. Ja, es sah aus, als ob der rein ist, aber der ist zwischendurch, ne? Ja, ja, ist alles super gut. Was? Da ist kein Bob drauf im Moment. Juhu. Wir ziehen dieses Level jetzt so lang durch, bis irgendjemand trifft. Oh, wieder so knapp. Ich habe ein gutes Gefühl. Alter, wie es geklappt ist. Aber wir treffen immerhin schon mal den Toaster. Also nein. Oh, fuck. Was? Nein. Wie locker aus der Hüfte war der in den Dach. Der erste Treff war dieses Video und direkt die zweite. 1.000 Euro. Pikachu. Es war doch ein optischer Gaumenschmaus mit unserem Toastbrot. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es gerne einen Daumen nach oben. Ich werde die Dinger jetzt mal schön rösten und genüsslich in meinen Lachenstülpen. Gerne auch kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich vielleicht besser machen kann oder ob ihr Bock habt, dass ich öfter mal irgendwie Vlogs drehe. Würde mich riesig freuen über nette Kommentare. Die lese ich mir jetzt alle durch. Und dann würde ich sagen, bleibt kürzlich. Wir freuen uns. Wir hauen's rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.